Dieses Event, das ist einfach ein Mega-Event in der Sportstadt Saarlouis geworden. Es ist das fünfte Mal hier in Saarlouis und ich glaube, wir haben wieder alle Zahlen so ein bisschen nach oben getrieben. Wir hatten insgesamt 312 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim ITF und bei den deutschen Meisterschaften. Es ist immer ein Freude hier spielen. Es ist eine sehr gute Atmosphäre. Ich habe das erste Mal in der Finale verloren, aber nächstes Jahr und heute haben wir wieder gewonnen. Ich bin wirklich glücklich. Es ist sehr unig, diese Location, weil es ein Urban City-Tournament ist. Es ist der erste und ich meine, der einzige. Der einzige Urban City-Tournament, das wir all around the world haben. Die Emotion zu spielen in einem Stadtzentrum hier in Saarlouis ist sehr schön. Es ist etwas anderes. Es ist wirklich eine schöne Emotion. Das Saarland hat sich eben dadurch, dass das Event schon seit 2017 hier regelmäßig stattfindet, nach und nach zu einer der Hochburgen im Beach Tennis in Deutschland entwickelt. Ich freue mich natürlich immer besonders auf Saarlouis. Endlich mal deutschen Boden unter den Füßen beim Aufschlag. Und dieses Jahr haben wir auch noch mal extrem Glück gehabt mit dem Wetter. Es ist eine tolle Veranstaltung. Wie immer viele Matches, aber sehr, sehr schön. Die ITF sind sicher, dass die Leute zu konsumieren Tennis in der Weise, die sie zu dem befinden. Und Beach Tennis ist eine große Möglichkeit für ein anderes Format für den Sport. Der High-Speed, High-Action Format wirklich funktioniert als eine Alternative. Und wir sind sehr froh, dass die ITF das überwinden und es sich überwinden, und es sich überwinden, um Jahr auf die Welt zu überwinden. Und tournaments, wie die Sangerie Saarlouis-Klassik, sind sehr wichtig, um die Beach zu den Menschen zu bringen. Und wir denken, es ist fantastisch, hier in der Market-Town in Saarlouis, zu sehen, dass die Leute überwinden, zu experienceen Beach Tennis für die erste Mal, und sie lieben die Sport wie wir. Also du glaubst dich, bis die militäratur in Saarlouis zu verraten, bis zur Deutogie-Schekseine Nation und in Saarlouis-Klassikation Untertitelung des ZDF, 2020